Hallo Schwerin! Hallo! Berlin grüßt. Ich grüße aus Berlin jetzt im Winter und ich war im Sommer da beim Film Kunstfestival und habe einen so schönen Preis bekommen und habe mich so amüsiert dort. Es war herrlich. Bitte, bitte behaltet dieses Festival bei. Das ist ganz toll, weil ich war da auch natürlich mit euch und ihr habt mich auch so toll interviewt. Bleibt dabei und nochmal danke für den Preis.